Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Bundesinnenminister Seehofer hat ein Betätigungsverbot gegen die Hezbollah in Deutschland verhängt. Als Begründung teilte er mit, die libanesische Hezbollah sei eine terroristische Vereinigung, der weltweit zahlreiche Anschläge zugerechnet würden. Zudem stelle sie das Existenzrecht Israels in Frage. Der Iran, der die Hezbollah unterstützt, verurteilte das Verbot. Außenamtssprecher Moussaoui sprach von einer respektlosen Entscheidung gegenüber dem Libanon. Israel steuert 60 Millionen Dollar für die internationale Corona-Forschung bei. Das hat Premierminister Netanyahu bei einer Geberkonferenz der Europäischen Union mitgeteilt. Unterdessen verkündete das Biologische Forschungsinstitut des Büros von Netanyahu einen bedeutsamen Durchbruch. Forscher hätten einen Antikörper isoliert, der das Coronavirus im Körper einer erkrankten Person neutralisieren könne. Ob die Behandlung bereits an Menschen getestet worden ist, wurde nicht bekannt. Ein ehemaliger palästinensischer Häftling hat Israel dazu aufgerufen, keine Steuergelder mehr an die Autonomiebehörde zu überweisen. Denn das Geld werde zur Finanzierung von Terror und für Korruption verwendet. Seine Forderung verleiht Mohammed Aref Massad mit einer Klage beim obersten Gerichtshof in Jerusalem Ausdruck. Israel nimmt im Rahmen der Oslo-Abkommen Steuern und Zölle für die Palästinenser ein und leitet diese an die Autonomiebehörde weiter. Massad fordert nun, dass die Gelder direkt an palästinensische Arbeiter und Bedürftige überwiesen werden. Ägypten hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als 3000 Schmugglertunnel an der Grenze zum Gazastreifen zerstört. Das teilte ein Armeesprecher mit. Ägypten habe 2015 eine Pufferzone eingerichtet, denn die Tunnel hätten die nationale Sicherheit bedroht, etwa durch das Eindringen von Terroristen sowie den Schmuggl von Waffen. Einige Tunnel seien drei Kilometer lang und 30 Meter tief gewesen. Zum 72. Unabhängigkeitstag Israels haben Staatspräsident Riflin und Premierminister Netanyahu viele Gratulationen von führenden Politikern erhalten. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier hatte anlässlich des Unabhängigkeitstags eigentlich einen Staatsbesuch in Israel geplant. Er schrieb an Riflin, zu seinem großen Bedauern könne er den Yom HaAzmaut nicht gemeinsam mit ihm in dessen schönem Land feiern. Doch er werde die erste Gelegenheit für einen Besuch nutzen. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020